Wie könnte man ein Gewinnspiel, in dem man ein Buch zur Einführung in die Python-Programmierung gewinnen kann, besser auflösen als mit einem Python-Programm? Wie du dir sicherlich schon denken kannst, geht es in diesem Video darum, die Gewinner meines diesjährigen Weihnachtsgewinnspiels auszulosen. Bevor wir uns ans Programmieren begeben, möchte ich aber nochmal erklären, weshalb ich die Verlosung per Zufall durchführe. Ich hätte die Gewinner ja auch einfach danach aussuchen können, wie gut mir ihr Kommentar gefallen hat. Bei diesem Vorgehen sehe ich allerdings ein Problem. Viele werden die wildesten Geschichten erfinden und versuchen, irgendetwas zu schreiben, was noch niemand anderes in seiner Geschichte erwähnt hat und das möglichst einmalig klingt, um meine Entscheidung zu beeinflussen. Ich traue mir nicht zu, wahre von unwahren Geschichten unterscheiden zu können. Zudem würde ich mich niemals so entscheiden können, dass es in meinen Augen fair ist, da jeder, der mit meinem Buch Python lernen möchte, diese Chance auch bekommen sollte. Ein Zufallsmechanismus, der die Gewinner aussucht, löst in meinen Augen dieses Problem, da die Entscheidung dann nicht mehr in meiner Hand liegt und jeder, der einen Kommentar geschrieben hat, die gleichen Chancen besitzt. Es gab allerdings zwei Kommentarschreiber, die das Buch gar nicht gewinnen wollten. Ich hoffe, dass die Anführungszeichen um das Wort seriös nicht die Seriosität dieses Gewinnspiels infrage stellen sollen. Aber trotzdem vielen Dank für den Kommentar und dass du dadurch den anderen eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit verschaffst. Der zweite Kommentar, den ich hier hervorheben möchte, stammt von dem lieben Kevin Kromik. Er schrieb, super Buch, habe es direkt bei der Veröffentlichung bestellt und durchgearbeitet. Falls mein Kommentar gewinnen sollte, dann kannst du gerne die Lostrommel nochmal laufen lassen. Habe mein Exemplar ja bereits. Vielen Dank für den lieben Kommentar. Okay, dann schreiben wir uns nun das Programm. Zuerst importieren wir uns die Bibliothek Random, die uns einen Zufallszahlengenerator zur Verfügung stellt. Ja, ich weiß natürlich, dass es sich um einen Pseudo-Zufallszahlengenerator handelt, doch für die Auslosung von Gewinnen ist er völlig ausreichend. Wir wollen schließlich keine Staatsgeheimnisse verschicken. Ich habe die Namen aller Teilnehmer, die unter dem Gewinnspielvideo einen Kommentar geschrieben haben, untereinander in einer Datei teilnehmer.txt gespeichert. Diese Datei öffne ich nun in unserem Python-Programm mithilfe des Contextmanagers im Lesemodus. Mithilfe der Funktion ReadLines speichere ich alle Teilnehmer nun in einer Variable mit dem Namen Teilnehmer. Jetzt kommt Randomance Spiel. Dort gibt es eine Funktion mit dem Namen Sample, die aus einer Liste zufällig ohne Zurücklegen n Elemente aussucht. n ist in diesem Fall 3, weil ich 3 Bücher verlose und es deshalb 3 Gewinner gibt. Das Ergebnis ist wieder eine Liste, die ich in der Variable Gewinner speichere. Diese Gewinnerliste klappere ich nun in einer Vorschleife ab und gebe jeden der 3 Gewinner mithilfe der Funktion Print auf der Konsole aus. Zuvor rufe ich allerdings noch die Methode Strip auf, da sonst das Backslash n als Zeilenumbruch mit ausgegeben wird. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Das soeben geschriebene Python-Programm lost nun die 3 Gewinner aus. Dafür starten wir das Programm über die Konsole mit dem Befehl Python-Lostrommel.py Und die Gewinner sind L-Underscore-Underscore-Master, RedFoxMiro und Zero. Herzlichen Glückwunsch! L-Underscore-Underscore-Master schrieb Hey Florian Dallweg, zukünftig bitte mit K am Ende oder einfach nur Florian oder Flo. Also, lustigerweise habe ich mir das Buch auch schon zu Weihnachten gewünscht. Keine Ahnung, ob der Weihnachtsmann das mitbekommen hat. Jetzt ist es ja zum Glück nicht mehr wichtig, ob der Weihnachtsmann das mitbekommen hat oder nicht, da du ja ein Exemplar gewonnen hast. Wobei, was machst du, wenn das Buch noch einmal unter dem Weihnachtsbaum liegt? Auch eine sehr schöne Idee, drei deiner Bücher zu verschenken. Ich freue mich schon darauf, viel Neues zu lernen. Sehr schöner Weihnachtsskinn übrigens. Danke dir! Verteilst du dein Zu-Weihnachten-Code-Blöcke? Nee, nur drei Bücher, die ja auch irgendwie eine Blockform haben. Red Fox Miro schrieb Ich bin bereits begeisterter Python-Programmierer. Allerdings mein Bruder weniger. So äußerte er zwar oft, dass er Python erlernen wolle, hatte aber nie den Ansatz dazu. Das könnte dein Buch ändern. Deswegen würde ich gerne für meinen Bruder gewinnen. Das ist aber wirklich lieb von dir. Na, dann wünsche ich deinem Bruder viel Spaß mit dem Buch. Das Buch eignet sich eben auch hervorragend als Geschenk. Wenn er mal nicht weiter wissen sollte, dann hätte er in dir ja trotzdem noch ein Backup. Toll, ich freue mich wirklich sehr für euch. Zero schrieb Verfolge deine Videos nun schon seit einiger Zeit und finde deinen Weg, Dinge zu erklären. Echt super! Vielen Dank! Bin gerade dabei, in Richtung Cybersecurity zu gehen, weiß aber noch nicht genau, womit ich anfange. Das Python-Buch wäre dann natürlich eine schöne Starthilfe und eine gute Motivation, um mich besser mit dem Programmieren anzufreunden. Das hoffe ich doch. Ich verwende Python übrigens sehr oft beim Pentesting, um bestimmte Aufgaben zu automatisieren und um Quick and Dirty eine Lösung herbeizuzaubern. Gerade mache ich mein Fachabitur und eine Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten. Anschließend ist vielleicht ein Studium oder eine Ausbildung zum Fachinformatiker geplant. Würde mich sehr über die Weiterbildungsmöglichkeit freuen. Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und natürlich viel Spaß mit dem Buch. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich nicht noch einmal das Programm bemühen muss, denn eine Teilnahmebedingung war ja, dass man schreibt, weshalb man das Buch haben möchte. Und das ist bei allen drei Kommentaren der Fall. An die drei Gewinner! Bitte schickt mir eine E-Mail an python.florian-diving.de Ich nenne euch dann ein Codewort, das ihr bitte mit eurem Account, mit dem ihr euren hier im Video gezeigten Kommentar geschrieben habt, als Antwort postet, damit ich weiß, ob wirklich ihr mir die E-Mail geschickt habt. Alles weitere teile ich euch dann per E-Mail oder Discord mit. An alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben. Seid bitte nicht enttäuscht. Ihr seid nicht alleine. Ich hätte niemals gedacht, dass so viele von euch teilnehmen werden. Als kleinen Trost könnt ihr euch gerne durch meine Python-Playlist wühlen, die mittlerweile über 90 Videos hat und es kommen laufend neue hinzu. Außerdem möchte ich aber reichen des nächsten YouTube-Meilensteins regelmäßig Coding-Livestreams machen, in denen ich euch unter anderem in Python unterrichten werde. Es steht euch natürlich auch jederzeit frei, euch mein Buch so zu kaufen. Gerade jetzt eignet es sich hervorragend als Geschenk. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und weiterhin viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal.